Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Für viele Gärtner und Gärtnerinnen ist ein gleichmäßig grüner Rasen wichtig. Unkräuter können das Bild stören. Wird nicht gegen sie vorgegangen, breiten sie sich immer mehr aus. In diesem Video erklären wir euch, wie ein Rasendünger mit Unkrautvernichter funktioniert und wie ihr ihn richtig anwendet. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wenn sich Beikräuter im Rasen ausbreiten, ist das meist ein Anzeichen von Nährstoffmangel. Die Wildkräuter haben für gewöhnlich einen geringeren Bedarf als die Gräser, weswegen sie sich an einem Mangel ausbreiten und die Gräser zurückdrängen. Der Unkrautvernichter bekämpft diese unerwünschten Pflanzen, während der Dünger die Gräser mit Nährstoffen versorgt und dadurch ein kräftigeres Wachstum und eine dichte Grasnarbe fördert. Der Unkrautvernichter ist ein selektives Herbizid, das nur gegen bestimmte Pflanzen vorgeht und dabei die Gräser verschont. Besonders wirksam ist er unter anderem gegen Gänseblümchen, Löwenzahn, Butterblümchen, verschiedene Kleearten und dem Spitzwegerich. Unerwünschte Gräserarten, auch als Ungräser bezeichnet, werden vom Herbizid nicht erfasst. Dazu gehören etwa Hirse, Rispengras und Weißgras. Bei den meisten Rasendüngern mit Unkrautvernichter wird auch Moos nicht bekämpft. Hersteller, die die Moosbekämpfung mit integriert haben, kennzeichnen dies zusätzlich auf der Verpackung. Drei bis vier Tage bevor ihr den Rasendünger mit Unkrautvernichter ausbringt, sollte der Rasen gemäht werden. So besitzen die Unkräuter genügend Blattmasse. Bei größeren Rasenflächen wird der Rasendünger mit einem Streuwagen ausgebracht. Lauft am besten gleichmäßige Bahnen, die sich nicht überlappen. Wenn es nach ein bis drei Tagen nicht regnet, kann der Rasen gewässert werden. So hat der Unkrautvernichter Zeit, seine Wirkung zu entfalten. Nach dem Bewässern kann der Rasen betreten werden. Frühestens eine Woche nach dem Ausbringen könnt ihr den Rasen wieder mähen. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserer Website unter www.gartensheile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.